Was ist das für die Ärzte? Ich habe eine tiefe Dankbarkeit für die Ärzte, weil ich finde, die haben auch viel Humor im Ganzen und ein großes Wissen und sprechen auch gut Deutsch und Englisch, das kommt mir entgegen. Und ich finde, was mich sehr beeindruckt, das Feine, die Feinarbeit und das Feingefühl, das ich hier erlebt habe.